Spielt weiter, ihr habt's echt drauf. Hast du einen Agenten? Nein. Dann such dir einen. Kommt mal mit, ich muss mit euch reden. Ich heiße Saki. Und das ist mein Bruder Yon. Wir wissen schon, wer ihr seid. Ist das so? Ihr habt doch den Typen in der Garage gekillt. Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt passt auf. Wir suchen nach guten Leuten. Leute, die uns helfen können, viel Geld zu verdienen. Wir wollen den Jungen mal die Chance geben, uns zu zeigen, was sie können. Was ist los? Ihr habt doch keine Angst vor mir. Ich würde euch niemals was tun. Hier. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch was Schönes davon kaufen. Dein Ernst? Na los. Ja, danke. Ja, Allah spielt weiter jetzt. Ja, los geht's. Ja, das ist toll. Ja, was du machst. Ja. Ja, das geht's. someday ist es? Ja. 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 Ja.